So liebe Seele, wir haben heute mit dabei im Tagesorakel von Christine Arana-Fader, Drachen und Drachenreiter sehr zu empfehlen. Wir haben Blume des Lebens von Barbara Heiner-Rauter auch sehr zu empfehlen und das Mystic-Latter-Modek. Da gehen wir rein und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit dem Orakel und nach dem Schnelldurchlauf geht es auch direkt los. So liebe Seele, dann wollen wir doch mal sehen, was der Tag für dich bereithält. Wenn du Lust hast, alles zu lernen, Energie arbeiten, Kartending, Coaching, Mentoring etc. pp., dann kannst du hier draufklicken und dich für die Ausbildung im September anmelden. Das Schöne an unserer Ausbildung ist, wenn du sie bestanden hast und Lust hast, können wir eventuell sogar dich in unserem Team anstellen. Da würde ich mich natürlich sehr freuen, denn wir stehen zu unserer Ausbildung auch mit unserem Namen. Jetzt aber schauen wir mal rein. Ormach und Dub. Die Zeit der göttlichen Erkenntnis ist jetzt. Akzeptiere die Dunkelheit in deinem Inneren ebenso wie das Licht und folge dem Weg der Ganzwerdung. Das ist sehr, sehr schön und sehr, sehr mächtig. Das bedeutet, dass heute sehr viele Differenzen entstehen können, aber auch gestern, ja, die Entscheidungen, die da lagen, liegen heute in der Weisheit. Also auch hier nochmal ein wichtiger, entscheidungsfreudiger Tag. Und dadurch, dass du dich mit deinen Schatten so ein bisschen auseinandersetzen darfst, kommt es natürlich auch in die Berührungspunkte, dass du für deinen Lebensweg jetzt natürlich mehr wieder in dein Gefühl gehst und vor allem dich heute auch emotional so ein bisschen von deinen Entscheidungen leiten lässt, weil die Schatten auch gesehen werden wollen. Und da kommt eine schöne Kehrung rein, weil du beginnst hier mit deiner inneren Heilung gegenüber des Selbstkritikers, verstehst auf einmal Dinge viel klarer, was dich im Leben so ab und an, ja, begleitet hat oder besser gesagt auch manchmal in die Schranken gewiesen hat. Da ist heute Heilung sehr, sehr sichtbar. Die Weisheit liegt im Geben und Nehmen. So, da war ein kurzer Schnitt drin, eine Hustenattacke später. Die Weisheit liegt heute im Geben und Nehmen, weil es eben Licht und Schatten in deinem Leben gibt und du auch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen sollst, welche Themen für dich derzeit präsent sind, welche Themen du gerne für dich abarbeiten möchtest und vor allem, welche Heilung schon längst geschehen ist, was du gar nicht so mitbekommen hast für dich. Also einen bewussteren Blick auf dein Leben, welche dir die Ganzwerdung schenken wollen. Das ist sehr, sehr schön, weil die Zeit der göttlichen Erkenntnis jetzt ist für dich. Und das ist sehr viel mehr wert für dein wundervolles Leben. Ja, und da kommt die Geduld. Meine Geduld öffnet für alle einen Raum von heilsamer Entschleunigung. Und diese heilsame Entschleunigung gibt dir auch den Mehrwert, einen klaren und großen Fokus darauf zu legen, welche Themen eben schon geklärt wurden. Denn wenn du jetzt nicht mehr in der hektischen, neuen, modernen Welt, deinen Alltag verbringst und dich mal zurückziehst, mal fünfe gerade sein lässt und auch nicht zu streng zu dir selbst bist, sondern einfach mal sagst, hey, das Leben kann auch mal ein bisschen ruhiger vorangehen. Ich brauche heute keine Antworten. Ich brauche heute keine Tatkraft etc. pp. Dann wirst du auch merken, dass vieles auch schon beantwortet wurde in deinem Leben. Du nur nicht den Blick darauf haben konntest, weil du eben ein bisschen auf Umwegen unterwegs warst. Du wolltest eben nicht auf diese Schattenseiten schauen. Aber dadurch, dass du das jetzt heute machst, ist die heilsame Entschleunigung da. Du merkst, du brauchst ein bisschen Ruhephase für dich. Du merkst aber auch, wie du dich mit dem Außen so ein bisschen differenziert oder distanziert hast vom Außen, weil man nicht mehr auf der gleichen Wellenlänge ist. Und das ist eben auch eine Energie derzeit, wo Menschen wieder mehr zu Menschen finden, die zu einem passen. Das heißt auch, dass jetzt die Phase beginnt, wo sich Pärchen entweder trennen oder Menschen zusammenfinden, weil Energieklärung ansteht. Und das ist natürlich etwas Schönes. Für dich heißt es nämlich daraus Heilung. Und vor allem auch Heilung deiner Emotionen. Sehr, sehr weise. Ja, Erbert und Mathilde, du brauchst jetzt Ruhe und Regeneration. Na, in der Entschleunigung, das passt schön. Nur in der Stille eines kraftvollen Seins kannst du dich spüren und mit göttlicher Klarheit deinen Seelenweg folgen. Und da klingeln nochmal alle wundervollen Glöckchen des Himmels, dass die Befolgung oder der Ruf des Seelenweges von dir erhört wird. Nicht, dass du ihn davor nicht instande warst zu hören, sondern du hattest ihn einfach überhört. Und durch Stress, Hektik im Arbeitsfeld, Hektik im Familienfeld, Hektik im Liebesfeld und auch so ein bisschen der Mangel der Finanzen sind einfach gegeben gewesen, dass du nicht wusstest, wo der Blick jetzt hingehen sollte. Deshalb darfst du ja heute in die Ruhe gehen. Du darfst dich regenerieren, du darfst deine Vitalität wieder sammeln und vor allem sollst du auch wieder eins lernen, nämlich zu deinem Gefühl zu stehen. Und wir reden jetzt hier nicht vom Bauchgefühl, sondern zu deinem Gefühl. Also wenn du dich schlecht fühlst, dann gestehe es dir ein, dass du dich schlecht fühlst, aber sag dir auch selbst, warum du dich schlecht fühlst. Und so kommt eine sehr, sehr hohe Kraft an Ehrlichkeit in dein Leben, die dir ja auch ein bisschen gefehlt hat in letzter Zeit. Aber wenn du auch nicht ehrlich zu dir selbst bist, zumindest was die emotionale Lage oder vielleicht auch Situationen im Leben betreffen, wie kannst du dann verlangen, dass Menschen im Außen ehrlich zu dir sind? Natürlich hat es eigentlich was mit Respekt zu tun, aber wir wissen ganz genau, wir leben in so einer Welt, wo die meisten Leute leider nur noch auf sich schauen und ihrem Ego verfallen sind. Da sollten wir doch immer bei uns beginnen. Und da kommt dann auch Reichtum mit ins Spiel. Ich bin gesegnet und teile meinen inneren und äußeren Reichtum mit allen, die mich umgeben. Und hier sieht man, du bist wieder ein Koryphäe oder ein Vorreiter, eine Trendsetterin, ein Trendsetter für das Miteinander. Denn das Miteinander wird hier sehr, sehr stark herauskristallisieren, dass es nicht nur um Geld geht bei Reichtum, sondern vor allem, dass jeder beginnt, die inneren Werte wieder des anderen zu schätzen. Also nicht, ja, ich gehe mit dieser Freundin, gehe ich essen und mit der Freundin gehe ich feiern, sondern die inneren Werte zählen. Loyalität, Ehrlichkeit, Treue, Zugehörigkeit, Leidenschaft. Egal, in welchem Faktor ein Mensch mit dir verbunden ist, es beginnt wieder, um die inneren Werte zu gehen und du bist ein Signal dafür. Du gibst dieses Signal weiter an dein Außen und das Außen nimmt es dann wie ein Schüler auf und verbreitet dann die Kunde weiter. Also das ist sehr, sehr interessant, wie du hier schon signalisierst, eine, ja, eben Mentorin oder Mentor zu sein für dein nahes Umfeld, was du schon die ganze Zeit warst. Ja, man hat ja immer bei dir Ratschläge oder Unterstützung geholt und nie wurde es dir so klar wie heute, weil durch diese innere Wertschätzung und die Werte, die dann wieder geschätzt werden, da hast du ein Ziel erreicht, was du dir schon lange vorgenommen hattest. Sehr interessant heute. Da haben wir Pallas Athene und Sweetie. Die Geschicke deiner Welt sind im Wandel. Ob zum Guten oder zum Schlechten, liegt auch in deiner Hand. Behüte das Gute, die Liebe und gib den niederen Energien keinen Raum. Somit ist es heute eben ein Kampf gegen das Ego, was aber total okay ist, weil das Ego ist ja auch so ein Teil Schutz von uns. Es ist so auch ein Teil der Energiewechselhaftigkeit und möchte uns immer auch signalisieren und aufzeigen, wo eben noch ein Thema, ein Triggerpunkt offen ist. Und daher ist das Ego manchmal auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, dass wir weiter in uns heilen können. Heute heißt es aber, wende dich für dich auf jeden Fall zu dem Detail der Liebe hin und gebe dir damit auch die Kraft, Dinge zu verändern, weil das ist ja eben auch dein Wunsch. Ja, und da kommt der Genuss ins Spiel. Ich genieße mein Leben mit allen Sinnen und lade auch alle Wesen aus allen Welten dazu ein. Und das bedeutet, ganz klipp und klar gesagt, dass du beginnst, auf allen Ebenen jetzt reinen energetischen Tisch zu machen, so gesehen, und zeigst dir selbst auch auf, dass, ja, Menschen sich verändern können, dass Themen sich verändern können, aber vor allem, dass die Liebe zum Detail immer ausschlaggebend dafür ist, was in uns verändert wird. So, dann kommen wir jetzt noch zu unseren Eckpunkten heute und die Eckpunkte werden heute stark sein. Ja, wir haben hier Licht und Schatten in der Entscheidung und da entscheidest du dich ganz klar für die Entscheidung. Also, du wirst hier dich den Themen widmen, die eben anstehen. Du wirst dich hier auch entscheiden für weitreichende Dinge. Also, sei gerne auch willkommen in der Ausbildung oder in dem Personal Coaching. Es geht aber auch in die Entscheidung, dass du dich frei entscheidest. Das ist etwas sehr, sehr Schönes und zeigt auf, dass du natürlich in deinem Bewusstsein auch gewachsen bist. Die Reise der Geduld geht heute in die Heilung. Also, du beginnst wirklich zu entschleunigen und kommst in deine weibliche Attribution, deiner Schöpferkraft, deiner Empathie, ja, weil du für dich selbst wieder Empathie entwickelst, was natürlich ein sehr, sehr schöner Tag für dich sein wird. Pallas Athene, Sweetie, konzentriere dich auf das Positive, auf den Fokus im gewissen Finanzflow oder emotionalen Flow und da haben wir die Führung der Göttlichkeit, die Engelflügel, die dich behüten und beschützen. Das bedeutet, du wirst dich nicht auf das Negative konzentrieren, sondern gehst raus aus finanziellem Mangel und gehst auch raus aus Selbstliebemangel. Und jetzt haben wir hier den Genuss mit dem Kollektiv. Da gibt es Fortschritt. Auch das ein ganz, ganz wichtiger Punkt für dich, dass du spürst, alles, was du teilst und liebst, wird sich im Außen vermehren und deine Weisheit liegt heute im Fuchs. Das bedeutet, auch hier wieder abgeschlossene Weisheit, aber Vorsicht, wir haben ihn reinblickend zweimal auf die Schlange. Es wird eine Dame geben, die eventuell versucht, dich fehlzuleiten. Wende dich nicht ab von dieser Dame, sondern zeig heute einfach mal Grenzen. Das hast du verdient und jetzt lass gerne ein Like, Kommentar und Abo da.